BAM Leute, herzlich willkommen zu einem Infovideo. Und zwar möchte ich kurz was ankündigen, denn in dieser Woche werde ich einen Pokémon Marathon starten. Ja, und das heisst, Moment mal, oh Gott, diese Musik, nein, was tut er denn hier? Hey Freak, ach Charon, was willst du denn hier? Ich habe gehört, du startest einen Pokémon Marathon. Ja, Charon, das ist richtig. Heisst das du letztens jeden Tag ein Video hoch? Ja, Charon, das wollte ich den Zuschauern gerade mitteilen. Ha, sehr gut, du kommst da sowieso nicht richtig voran. Gut, dass du mal ein paar mehr Folgen raushaust. Ja, Charon, vielen Dank dafür. Ja, gut, dass das geklärt ist. Hey Freak, ich habe gesehen, dass du den Volt-Orden erhoben hast. Ja, Charon, das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir herausfinden, wer von uns beiden der stärkere Träger des Volt-Ordens ist? Oh nein, jetzt geht das wieder los. Ja, Charon, das ist richtig. Ja, Charon, das ist richtig. Jetzt reicht's schon, ich sprühe dir die ganze Scheiße aus dir raus! Hier sieht deinen bescheuerten Arden aus, boah, den nervt der! Bis dann Leute, tschö! Amen!